jo leute was geht ab willkommen zu einem video hier auf meinem kanal heute gibt es ein paar wichtige infos hier auf dem kanal und es gibt den kurzen nachbericht zum spiel von vfp stuttgart gegen rb leipzig und er fangen wir erst mit nachbericht an ihr seht den spielstand da oben links dem stadion da 1 zu 1 ging es aus hat erkämpfter und verdienter punkt wie ich finde und man auf dem match für mich ganz klar florian müller ohne ihn hätten wir wahrscheinlich irgendwie sechs buden noch kassiert weil florian müller so krass gehalten wurde auch zu man auf dem match gewählt und für mich ist da auch der waderman of the match von diesem spiel und ja kommen wir jetzt zur wichtigen info nämlich es wird keinen stadionvlog mehr geben von freiburg ja freiburg wird ausgelassen dafür wird dann stadionvlog wieder für schalke gehen weil ich gehe jetzt 15 tage in urlaub heute fliegen wir los und zwar nach ägypten vielleicht nehme ich da ein paar sachen auf ich weiß nicht ob ich überhaupt internet habe aber vielleicht vielleicht lade ich dann später hoch und ja ich freue mich richtig auf den urlaub ich weiß nicht ob ich es gesagt habe es ist ägypten und da werden ich werde auf jeden fall videos machen nur kommt davon an wann ich die hochlade und das war auf jeden fall alle infos die ich euch hier sagen wollte ich weiß nicht ob es vorbereitet für werder bremen und so geben wird mal sehen und das war's mit dem video ciao leute bis zum nächsten mal